was geht wir müssen leider schon wieder reden wer von euch hat in den letzten tagen noch bemerkt dass der diamant spieler so richtig schön teuer geworden sind wer von euch dachte an den ersten zwei drei tagen dass es einfach gute investment sind wir haben uns die diamant karten geholt sie sind raus aus den packs preis steigt kommen keine besseren spieler nach wie man sich wirklich leisten kann easy money lasst mich euch was zeigen wir gehen mal ins auktionshaus rein und wir suchen einfach mal diamant karten über die pink 1 warum wir nicht sprechen eine million für den damien lillard eine million für den steph curry okay diamant karten leute wir haben hier einen normalen preis hat wartet mal ab bis die erste karte kommt wo ich denke und wir müssen nicht lange suchen hier ist schon der erste wo ich denke clif robinson 100k okay gehen wir weiter death ruland base version keine hall of famous mehr gar nichts anders 189.000 als er rider 188.000 okay er kam neu raus aber was ist hiermit scott skiles 189.000 wieder 189.000 komisch 189.000 mlk 192.000 und chris paul der für 100k quicksale zu haben ist 188.000 ice air thomas 186.000 ice rider 185.000 kevin duckworth im center der gar nicht werfen kann 189.000 ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus möchte okay das auktionshaus ist der alleine diese vier spieler sind der beweis dafür dass leute wieder mts kaufen und da das jetzt schon seit zwei tagen wirklich ganz auffällig zu beobachten ist ich habe gestern auf twitter auch schon ein paar screenshots geteilt die ich am tag davor gemacht habe das heißt schon drei tage her ja das geht seit drei tagen und diese preise werden für spieler immer noch aufgerufen bzw geboten jetzt gibt es zwei möglichkeiten nummer eins die leute kaufen mt und sie werden nicht gebannt also es hat sich herumgesprochen dass das funktioniert ich hoffe die bands kommen noch eigentlich sollte das system von 2k diese auktion erkennen und canceln sowie die snipe auktion von letzter woche gecancelt wurden wo leute in den chat holgen oder so für 100 k bekommen haben wurde gecancelt von 2k weil der preis irgendwie komisch war zu niedrig in dem fall hier ist er jetzt viel zu hoch und es wird nicht gecancelt anscheinend und wenn es gecancelt wird dann kriegen wir es nicht mit aber das kommt eigentlich nicht vor weil die twitter community die ist eigentlich kommen sachen schnell raus möglichkeit nummer zwei ist das ist erst mal der anfang vom ende und das ist jetzt erst mal das sind jetzt erst mal die mt seller die mit ihren generierten mts den markt nach oben treiben damit die leute das gefühl haben sie müssen mts kaufen das klingt jetzt erst mal sehr sehr komisch aber an die leute die 2k 23 gespielt haben bei my team gab es in die millionen ging leute konnten sich nicht leisten weil wahrscheinlich mts seller seiten diesen jahr mit ihren mts künstlich in die höhe getrieben haben dass niemand diesen jahr haben konnte außer die mts seller selber oder leute die enorm viel geld in packs gesteckt haben und dadurch die mts übers auktionshaus bekommen haben eher unwahrscheinlich oder zweitens leute die selber schon sehr sehr viele mts gekauft haben was macht man wenn man ein normaler mensch ist der offenen band scheißt wenn er überhaupt kommt dann kaufe ich die mts natürlich bei dem seller und nicht irgendwie wie sie bei 2k gehe in die packs rein hoffe dass ich irgendwas krieg was ich irgendwie verkaufen kann damit ich meinen wunschspieler bekomme es ist einfach eine schande also es kam jetzt schon videos von jc2k und tydebo es gab massenhaft screenshots auf twitter x wo nba 2k my team verlinkt wurde es kann nicht sein dass diese situation jetzt noch nicht bemerkt wurde wenn man es nicht selber merkt weil man einfach eine schrott company ist die sich um das eigene spiel nicht kümmert dann ist es spätestens seit gestern auf dem schirm man hat nichts bekommen keine kommunikation keine änderung ihr seht die preise es ist eine katastrophe was machen wir jetzt als community ich werde jetzt erstmal abwarten und tee trinken ich werde mir jetzt erstmal gar nichts im auktionshaus kaufen ich bin mit meinem team soweit zufrieden ich habe jetzt lass mich mal gucken wird flex incoming aber bei showdown habe ich jetzt 40 siege und ich habe zwei niederlagen ich bin jetzt auf stufe vier und bin kurz davor in stufe 3 zu kommen also für mich läuft das so mit dem team soweit noch so gut ich denke wenn ich jetzt stufe 221 kommen werde ich mehr von diesen arschloch teams bekommen die ich jetzt auch am wochenende bei king of the court gespielt habe ich hoffe dass ich den großen zusammenschnitt von allen spielen fürs wochenende für euch fertig kriegt aber ja wenn wir ganz viel pech haben dann ist mein team gerade am sterben weil das auktionshaus was jetzt diesen modus eigentlich beleben sollte und wieder nutzlos geworden ist welche karten willst du dir im auktionshaus holen dort oder was nee ich will mindestens mal ein diamond in meinem team holen weil das sind die karten die mir jetzt zu diesem zeitpunkt überhaupt was bringen ich habe heute morgen überlegt ob ich in chris paul holen soll und von 80 geboten wird ich sag mal zum glück überboten weil man jim clemens saphir er macht alles kaputt er ist brutal immer noch ein monat im spiel drin saphir karte top aber nicht für diese preise weil wenn du okay diese situation gefixt bekommt dann wird der markt denke ich mal wieder droppen weil die mts dann mit der zeit so aus dem markt verschwinden leute holen sich dann irgendwann ihre spieler mts sind ausgegeben die spieler verfallen im wert weil neue karten rauskommen oder weil sie zu oft hin und her verkauft werden man verliert ja mit jedem kauf zehn prozent steuern das sollte sich regeln aber jetzt ist wirklich und jetzt einfach noch mal abschließend zu sagen wie kann man diese situation klären okay muss die leute an okay muss einmal die accounts von den mt sellern erkennen also wer verkauft wer kauft hier gerade super viel mts spieler und wer bietet diese spieler an die für so viel verkauft werden klar kann es jetzt auch sein dass irgendjemand aus versehen so viele mts geboten bekommt aber die wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig weil achtet auch mal auf diese spieler die haben in der regel irgendeine besonderheit entweder holo oder irgendeinen besonderen schuh das ist ein zeichen woran die mt seller wissen welche spieler sie genau kaufen sollen wir haben dann irgendwelche schuhe irgendwelche badges was auch immer wir gucken gerade noch mal ob man das jetzt hier gerade bestätigen kann der eine jeff roland er war auf jeden fall holo das habe ich mir gemerkt hier holo roland und dann haben wir hier scott skiles mit einem schuh mlk mit einem schuh der sp3 hat jetzt kein schuh wundert mich hier ist er ja thomas mit einem schuh er hat auch einen schuh leute das ist wirklich eine schwierige situation also weiß nicht ich hoffe wirklich dass sich die situation klärt weil sonst kriegen wir hier richtig schwierigkeiten wie die gap zwischen leuten die mts kaufen und im prinzip schummeln und den leuten dies nicht machen wird immer größer und wenn du dann irgendwann in dem punkt ist wo du spiele verlierst weil du diesen rückstand hast und für manche leute je nach skill ist dieser zeitpunkt schon gekommen dann wird das spiel nach und nach aussterben okay muss jetzt ganz deutlich kommunizieren funktioniert das bannsystem ja die leute müssen gebannt werden oder nein das ist quasi der freischuss für alle leute nicht mehr bei 2k wc zu kaufen und packs zu öffnen sondern sich nur noch mts zu kaufen und wenn das passiert dann könnt ihr einen drauf lassen dann gibt es hier promo codes für mts heller seiten aber soweit sind wir noch nicht hört so schreibt mir gerne in die kommentare was ihr zu der ganzen situation haltet ich habe auf meinem community tab auch eine umfrage seid ihr jetzt noch normalis band oder seid ihr bereits schon all man is band spieler oder cool die euch packs holt ihr euch wie sie würde mich mal interessieren aktuell für die normanis band spieler ganz ganz klar ich glaube mit 75 80 prozent ich bin auch abgesehen vom season pass noch normalis band in da sehr stolz drauf und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten wieder wieder in das zu sehen